Was ich mir für schöne Tasche habe schenken lassen. Die ist ja toll, die hast du geschickt bekommen, ne? Ja. Warte mal, von wem ist denn die? Das weiß ich nicht. Steht's drauf? Von der Schneiders, Claudia! Ja, toll! Die hat mir die geschenkt. Das ist ja, ich habe auch nicht gekriegt. Und die ist schon weich aus Filz und Kuschelig. Die sind im Winterart praktisch. Aber weißt du nicht, wo ich es hin habe? Ja, weißt du, wie du da verschlampt hast, wie du da in irgendeine Ecken gestetzt hast. Kann man schon als Blumenkasten verwenden, ne? Ja, die Blumenkasten, du musst das nicht wieder als BH-Halter nehmen. Ich habe die da. Das Lilla, das beißt sich ein wenig mehr mit dem Blau. Nee, aber das fällt ja bei dir nicht weiter auf. Grün habe ich aber noch gar nicht angehabt. Das ist auch besser, weil Grün macht dich blass. Aber andere Leute gibt es ja auch nur Grün. Ja, andere. Aber du bist ja nicht andere, du bist ja du. Ich bin ich. Ja. Und du bist du. Ja. Und alle zwei haben wir zwei Kuppischu. Ach Gott, jetzt war es wieder sehr lustig mit dir. Ja, muss doch lustig sein. Ja, wenn es nicht lustig wäre. Wenn der Herr Gott nicht will, nützt gar nichts. Das Gefühl. Was? So geht es will. So geht es ja. Ja, ja. Wenn der Herr Gott nicht will, nützt gar nichts. Aber deswegen kann ich hören dein Lied. Mensch, gib ihm mal eine Ruh. Ja, gib ihm eine Ruh. Eben. Ate. Bleibschi. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020